Na, mach schon, wie lange ich das aushalte. Femot. Tja, worauf habe ich mich hineingelassen? Spiel Direct Complete Edition. Heute mal an. Let's play, stream. So weit, wie wir heute kommen. Das Spiel geht angeblich nur 3 Stunden. Also, werden wir es völlig durchschaffen. Mal schauen. Guck mal. Okay. Ja, Volume müssen wir auf jeden Fall anpassen. Brightness. Das Spiel geht weg. Na toll. Na dann starten wir wohl ein neues Spiel. Seid ihr bereit? Ich auch nicht. Was soll's? Auf geht's. Wird schon sehr schauerig. Bestimmt. Bist du sicher? Der gesamte Fortschritte macht. Ich habe keinen Fortschritt. Auf geht's. Nein, ich bin mir nicht sicher. Überhaupt nicht. Okay. Wir sind hier. Wir sind hier. Wir sind diese Person. Wir sind hier. Wir sind hier. Gute Nacht. Gute Nacht. Oh Gott. Gute Nacht. 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 Aha. So ein Spielster-Saison. Hier ist der Zahnrad. Ein gewaltiges... Ach du Scheiße. Pfuh. Und so ein Spielster-Saison. Da brauchen wir noch einen anderen Zahnrad. Okay, wir kommen jetzt zurück. Wieso eventuell... Dann brauchen wir doch das Zahnrad-Warners für... Oh, so ein Spiel. Ich fitte mir aber gar nicht. Die kann sich nicht besonders gut. Oh wait, vielleicht können wir das nach drüben schieben. Und jetzt so. Genau so machen wir es. Die Zahnrad-Prupel noch. Jetzt sind wir doch auch noch. Ok, ich sag mal, du musst ja auch nie mitnehmen Aber wie? Ich mach mal was um die Bote zu tun Das ist ein Standard für den Vehikel. So, dann holen wir noch eins. Das Zahnrädergeräusch ist ziemlich laut. Ich hoffe es ist aushaltbar. Hier bräuchten wir ein Zahnrad, das war hier. Ich hab die mal zwei geholt. Ach du, wir sind nicht alleine. Das erinnert mich an den Spruch. Du hast nicht Angst davor alleine im Dunkeln zu sein. Du hast Angst davor nicht alleine im Dunkeln zu sein. Das ist die Angst. Man hat keine Angst davor alleine im Dunkeln zu sein. Das ist die Angst davor nicht alleine. Ja. Na toll, wir bieten jetzt die Zahnräder mit. Wir haben Schlüsse im Kleben. Hm. Na fantastisch. Ich muss mir das Tokenpuff im Kleben hängen. Ah, okay, einfach dir. Ich muss das Tokenpuff im Kleben hängen. Jetzt das Auge. Das machen wir auch so. Oh, verdammt. Ich muss das Tokenpuff im Kleben hinkriegen. Schlüssel. Dann gehauen wir den Totenkopf. Dann das Leben zum Wohl. Das müsste dann relativ schnell passieren. Ich muss nur schnell wieder zurück. Mach mal Auge. Nein, zurück. Können wir denn so schnell? Ja, wir können so schnell. Da werde ich mir nur die Finger beibrechen. Jetzt müssen wir hier und schnell wieder zurück. Ja. Na, das wird hier was. Okay, jetzt brauchen wir Schlüsse, oder? Bis zumbalen? Ja. 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 Ich brauche einen Torekauf. Und hier sind Schüsse. Das dritte Zahn. Ach du Scheiße. Nein, ich habe mit Leitmas gespielt. Leitmas 2. Die Puppen sind scheiße. Was machen wir hier? Können wir es liegen? Au. Ich bin über die Zeit, weil Zahnräder zut. Wenn wir Blutzinn schaffen wir das heute. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Das ist schon da mal. Leit. Au. Oh, da sind wir wieder hier. Leg mich nicht nochmal in dieses Bit. Und dann muss ich das. In der Welt, wo wir vielleicht müssten. Das war ein schrittlicher Turm. Das ist ein Knobel. Das ist ein Knobelbett. So klar, dass man da alle Turm liegt. Das ist ein Knobelbett. rein und du ganz dazu Und dann ist es gut. Es ist nicht mehr in der Ruhe. aber ich weiß es nicht, schon wäre es mir hier noch Entschlüsse, den könnte ich hilfreich sein werden Besser es werden Das ist alles Jetzt können wir hier lang Können wir was verstauen? Anschlüssel Können wir aktivieren Streichhölzer Okay Können wir jetzt spielen? Ich weiß nicht ob da ein Punkt drauf habe, ob wir jetzt spielen Hier ob ich das schaffe Aber können wir Dinge mit tun Ich versuche das Ich versuche das Ouhra Exakt Ich versuche das Ja, ich versuche das Ouhra Er hat er zufrieden Feuerzeug Kann ich noch ein properer Streben Und dann können wir die Weißlein. Ich weiß nicht, dass ich da bin. Das war's für heute. der hat es irgendwie freigeschaltet nur auf der anderen Seite nutzen können nicht hier Oh, das wird dann schnippen. Und den Sock hier runter, bringt auch nix. Oha! Natürlich! Natürlich. Sehr easy. Buchstabe T. Jetzt können wir den gebrauchen. Schuss. Sehr schön. schon wieder in dieser bude diesmal irgendwas anders nicht die bohne zu kapitel 3 wir kommen hier schnell durch meine hand vielleicht mit der Hand aha, wir brauchen mehr Hände so Das war's. Das versteht nicht. Jetzt können wir hier ran. Da stehen ja die Autopaterie. Fühlt nicht, das wird sie nicht. Na ja. Das war's für heute. So. 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 Uh... Okay, können wir hier noch irgendwas machen? Die verlassen Tankstelle. klickt gar nichts mehr ja 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 ich brauche jetzt einen schlüsselführer wahrscheinlich ich verstehe aber hier kommen wir da kommen Ich weiß nicht, wie wir da durchspunkten. Ich weiß nicht, wie wir da durchspunkten können. Was ist hier noch nicht so, was ich hier noch nicht? ist das passiert Ähm... Oh, weiter Sekunden. und eine weitere hand dacht ich mir Alle Schlüsse müssen offen sein. 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 Und das rausholen, was da drin ist. Alle Schlüsse müssen offen sein. 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 Es muss hier irgendwas gekugelt werden. Oh, mit Ängste geriet sich hier. Kurbel. Es ist hier keine Anwendung für eine Kurbel. Okay, mit der Kurbel geht es nicht. Okay. Oh, man. es ist wirklich geil für das für sommer vor In Handscreen Willkommen in der Wald Nur Zeiger Jetzt wollen wir ihn vorbei ziehen Das war Zauber Eine Uhrzeigerung, ich klipp auch hier, eine Uhrzeigerung So, das muss man hier noch bei den Parkstuhl machen Ah, hier vielleicht Wie ist das? Das war's. 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 Ah. 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 Jetzt können wir hier runter. So. Leid. Wieder hier. Und dann großartig. Okay. Okay. Hier passiert irgendwas. Okay. Bevor wir uns ins Bett legen, mache ich eine kurze Clean Pause. Ich hole mir meinen Kaffee und dann schauen wir mal wie es weiter geht. Wir müssten jetzt... Wir müssten jetzt... nicht ganz ein Drittel, aber auf dem besten Weg zum Drittel müssten wir sein. So knapp bei einem Drittel des Spiels. Ja, haut ganz gut hin, bei drei Stunden sind wir. Dann wären wir ganz gut dabei. Ein Drittel haut hin. Ähm, ja. Kurze Pause. Bis gleich. Wie dumm sind wir eigentlich? Ja. Ich meine, man hätte da hochklettern können, sich da drauf stellen und dann da hoch. Nee. Nee, das wäre zu leicht. Ist zu einfach. Das macht man ja nicht. Und jetzt gehen wir den ganzen Weg zurück und klauen einen Rumpfschlüssel. Ja. Oh nein, das machen die ernsthaft oder? Dann gehen wir zurück. Oh mein Gott sind die... Und die beiden brechen aus! Ausgerechnet die beiden! Wollen wir nicht doch drunterbleiben. Ich glaub, es wäre sinnvoller. voller. Also da lernen die vielleicht noch was. Den ganzen Weg nochmal zurück, das ist überhaupt nicht auffällig oder so. Wie aus Entner bricht aus, um Entner auszuzitieren, kannst du es natürlich versuchen, aber wenn es nicht klappt, dann sollst du vielleicht mal drüber nachdenken, ob es vielleicht die richtige Seite hier für dich ist. Ja, ganz ehrlich, ich glaube der Plan 100 Liegestütze am Tag machen und dann einfach die Wand einreißen mit der nach Hause sinnvoller als das. Sie kann Lauf und springen über die Mauer. An einer niedrigen Stelle. Wenn der Wind günstig steckt. Hallo, warum sagst du denn nirgends? Sagen wir mal so. Ich will dir davon nicht abraten. Wenn es nicht klappt, solltest du es vielleicht als Signal werden. Vielleicht gehörst du dann gar nicht auf die andere Seite der Mauer. Das fühlt sich schon irgendwie gut an, einfach auf die zuzugehen und sie einfach mit einem Schuss loszuwerden. Wie wirft man eigentlich Dynamit zu? Du zündest es an und dann drückst du linke Maustaste. Wie zündet man das an? Mit L. Du sollst das nicht zu lange in der Hand halten. Nee, irgendwie klappt das nicht. Aha, okay. Und die Maustaste. Ich glaube, ich trockne mir auch ein paar Arme und Beine. Immer warum nicht? Oh nein. Ich habe gerade eine Dynamitstange gerade gerade nach oben in die Luft geworfen. Deswegen habe ich auch nein gesagt. Ja, ja. Das sollte man vielleicht nicht machen. Das habe ich auch schon getan. Okay. Okay, hier müssen Beine ran. Mal das Baumfern mal ein bisschen leichter. Ja, ich meine, wir haben eh unbegrenztes Dynamit. Von daher, warum solltest du es nicht tun? Ja, natürlich. Ja. Diese Grundsatzung. Ein bisschen mehr Frengefühl in der Stimme. Gute Nacht, Eilers. Lovegood. So gut spricht das so, als würden sie dir was betritten. Ja. Ja. Jetzt bin ich nur kurz drin. Oh, das ist der... Das ist der Glitch. Jetzt habe ich es unbewusst gemacht. Vielleicht kann ich euch mal zeigen. Damit kann man... ...etwas, was vom Spiel gar nicht vorher vorgesehen ist. Schaut mal, wo wir sind. Die Griffen der Gemeinschaftsraum. Der Griffen der Stabsiedler, um genauer zu sein. Ein paar von den Griffen der Gemeinschaftsraum. Haben wir es reingebracht. Ich hoffe, wir kommen hier noch raus. Wir haben jetzt sogar Flopulber gefunden. Können wir jederzeit hier hin, oder was? Ich weiß, Kopfnose nicht. Ich weiß, Kopfnose nicht. Das ist fantastisch. Schaut euch kurz. Schaut euch hier um. Die Griffen der Gemeinschaftsraum. Sie als Havelpuff hier immer sein würde. Freiheit. Bis draußen ist der Anruf. Es muss doch irgendeinen Hinweis darauf geben, was damals wirklich passiert ist. Ich kriege etwas, was mein Vater entlastet und Dr. Marcelles falsches Spiel aufnimmt. Auch gut. Dann muss ich nur noch wissen, wo genau das Haus ist. Wow. Und wie man dieses Ding hier fährt. Na, toll. Er hat niemand gefragt, ob du überhaupt Auto fahren kannst. Wo bin ich? Was ist passiert? Es gab scheinbar eine Art Unfall. Harvey? Harvey, geht es dir gut? Ich bin okay. Hey, dir passiert nicht so schnell, was mit deiner Dirbelsäule aus Frottee ist. Aber wir haben ganz viele Sachen verloren. Nein. Ich habe schon Fläscher-Post. Ich habe schon Fläscher-Post. Ich habe schon Fläscher-Post. Nein. Der Bisschen-Und-Sein-Bitarf oder mit Ketchup und so weiter. Nein. Nein. Ich habe es einem Jungen gemacht. Wille. Ich habe gar nichts gemacht. Ach, Eidenwald. Er wollte mich nur beschütten. Er wollte... Mir reicht es jetzt wirklich mit deinen Ausreden. Nein. Nein. mein Stimm. Der Scheiß-Water. Der Scheiß-Water. Geh in der Zimmer. Jetzt willst du dein Kip nicht wehtun. Was für ein Miniser-Water. Die Strohung ist alles. So was kann ich nicht sehen. Mami! Ich habe Angst vor dem Monster. Mami, sie wollen mich holen. Schätzchen, du weißt doch, Monster gibt es nicht. Ich lasse das Licht an und die Tür aufhören. Komm, schlag jetzt, Süße. Stimmt, alles gut. Halt's Maul! Lass mir bitte eine Minute, Philipp. Vergib dir, vergib dir, Mutter. Zeig uns doch weiter. Ich muss nicht. Hältst ihn. Hältst ihn. Hältst ihn. Hältst ihn. Hältst ihn. Hältst ihn. Hältst ihn, Hältst ihn. Hältst ein Hohlerche Gesicht. Hältst du es. Komm, geh. Lass uns gehen. Oh ja! Ja, ich darf. Ich zack. Ja, hör doch nicht rum. Das ist kaum angepasst. Ja, vermiss dich. Gut, stopp. Ja, das ist mein Bestium. Bestium ist mein Bestium. Er hat eine Idee. Ja. Idioten. Es sieht so aus, als ob ihr nicht ganz die Attraktion seid, wenn ihr euch haltet. Ihr seid nur drei absolute Dummköpfe in einem großen Knoblauch. Na, sehr toll. Aber sie hat Settmaschine verfranst. Ja. 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 Und die Zone wird es nicht mehr erde. Ja. Haben wir noch ein paar Kauberhüte? Das war ein alter Mann, natürlich habe ich dem die Flinze geklaut. Was sind weggelegt und alles von hinten? Ich habe eine Flinze. Das sieht zu uns aus. Okay, neue Klamotten. Oh, eine Nähmaschine. Ah, ein Plattenspieler. Ich habe mein Ziel erreicht. Die haben Kauberhüte. Oh. Oh nein. Wie kriegst du das Bild? Wundervoll. Wo sind Kauberhüte? Auf dem Bild. Oh, Klamotten, aber wir können uns umziehen. Das ist ein Schrank zum Umziehen. Ich setze. Ich zieh mich um. Ja, ich komme gleich. Kann ich auch was mit dem Bild machen? Ich will es auch noch verunstalten. Ah, hübsch. Oh. Nein. Ja. Ich habe eine Klamotten angezogen. Oh mein fucking Gott. Ich hatte recht. Zieh du mal deine Heftnickskleidung aus. Ja, ja. Das Wort. Was hast du getan? Was hast du getan? Pfff. Flaming Skull. Trash my game. Wir müssen jetzt. Legend of the Secrets. Legend of the Secrets. Das ist halt leider viel zu realistisch. 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 Wie kann ich das erklären? Wie kann ich das erklären? Es ist wie eine Beine. Aber wir haben nicht das zu realistisch. Lass uns versuchen diese Dimension zu schnell. Du wirst nie wissen. Es könnte kontaktuell sein. Du wirst nicht mehr zu realistisch. Starten wir das Spiel. Äh, das ist kein Spiel. Gut. Du wirst ja besser machen. Der Gegenteil. Hat es ja mit den Eindruck verliegen. Ah nein, natürlich. Wir haben hier auch keine Zeichen. Nein, wenn die Zugriff auf deine Fotos Dokumente zeigen wir konnten, dann sind die Autos. Also können wir sie mit verloren haben. Okay, können wir jetzt spielen? Oh, komm! Ich hab dir gesagt, User! Es ist nichts wehrlicher als das Freizeit. Ich hab den Vertrag in Kielbeschmung gelesen und mein Kulto gezeigt dazu. Auf jeden Fall. Vielleicht ein Sieg? Ich hab gewonnen. Das habe ich wirklich nicht gemerkt. Tja. Wie lange wollen wir das hier noch spielen? Ja. Aha. Also 22.30 Uhr kommt heute, schau, die würde ich gerne gucken. Bis dahin... Nee. Bis dahin haben wir Zeit. Das sind noch ein paar Stunden. Heute lange Nacht? Das sind noch ein paar Stunden. Noch ein hübsches Muster draus. Das sind wir so kaputt, dass wir da wirklich jetzt ein Muster draus machen. Ich weiß nicht. Wie dumm sind wir eigentlich? Ich meine, man hätte da hochklettern können, sich da drauf stellen und dann da hoch, aber... ... 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 Spielzeugkabier Spielzeugkabier Ah, das ist immer selber Ist ja gemein Spielzeugkabier 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 Spielkabier 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 Ich kann mal den Anfang 5 Stunden Rest aufwinden. Ich bin schon wieder. Wer kommt doch da nicht vorbei. Ach du Scheiße. Muss ich kurz mal gucken. Ich bin da an der Hals. Warten, dass er auch mal gut hinweg spielt. Ja, aber der kommt hier nicht wieder hervor. Ich stehe zu. Cooler. Ja, würde ich noch mal gucken. Ich bin 50. Ich bin 50. Aber ich bin 50. Ich bin 50. Ich bin 50. Ich bin 30. Das war jetzt wieder. Ich bin Topel. Ich hatte nur 50. Und jetzt komm schon ein Blumen. Ich bin 50. Ich bin 50. Und so kann man das Boot bauen. Wir haben es jetzt. Ok, und wo geht es da jetzt weiter? Ja, natürlich. Heavenly τους Raduider. Wir бывben die Kyuert Info. Ja, natürlich. Es ist ja persönlich dabei, wir diesem Sch facebook unseren Schusten, between die Steинки und dem Schusten und Das müssen wir hinten irgendwie anpacken. Das kann ja was werden. Okay, jetzt müssen wir wissen, wo wir hin müssen. Ich weiß nicht, wo wir hin kommen. Dann kommen wir dann schnell hin und wo wir hin. So, hier müssen wir noch machen, dann geht das so. Dann so. Und dann irgendwie so hier runter. Und hier können wir dann nicht. Wir sind auf der falschen Seite. Warte ein Sekund. Wow. Das ist der Weg. Das geht jetzt gut aus. Okay, so müssen wir dann zum Schluss. Mal schauen, ob ich das schaffe. Jetzt sind wir dann hier und sehen, dass das da hinten abging. Dann müssen wir immer so und noch einmal so und dann so und dann hier runter. Uff. Okay, versuchen wir es mal. Ich muss der Kling da nicht zurückbleiben. So, jetzt hier lang. Ich muss der Kling. Verdammt. Oh, Kacko. Oh, das geht. Oh. Ich muss der Kling. Ich muss der Kling. Ich muss hier rein. Ich muss das in der Klinge. früh nachlassen jetzt haben wir hier den spaß so jetzt schnell wie war das verdammt das verpasst jetzt fällt mir der fuhne schrecken das mal auf wenn wir hier sind dann sehen wir dass sich das in die richtung dreht das sind wir hier wir waren da nicht hier sind wir oder nicht in dem fall müssen wir noch einmal nach hinten müssen wir lernen wie er rum funktioniert so wird das nächste ganz schön mit dem spiel heute durchspielen hier jetzt geht es hier 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 jetzt runter hier und hier jetzt runter hier Da fehlt uns noch was zum Anstecken oder was? Ich glaube, ich habe geklopft. Da fehlt uns noch Dynamit oder so. Oh, wei. Was fehlt uns da? Cool ist es nicht. Dann muss ich gleich mal nachrufen. Jetzt habe ich es einmal geschafft. Jetzt fehlt uns da noch das Entscheidende. Haudel. Mal schauen, ob ich das noch ein zweites Mainflieger. Naja, wir müssen das Spiel heute nicht durchspielen. Das war nicht der Anspruch hier. Vielleicht finden wir, wenn wir es nicht ganz schaffen, vielleicht vor Halloween noch mal eine Woche, wo wir es spielen können. Guten Tag. Die Kohle haben wir gefunden. Oh, ich weiß, wo die Kohle hingehen muss. Okay, ist der Springsatz, aber warte ich hinher. Oh, okay. Oh, okay. Da müssen wir erst mal aufkommen. Die Hitze werden immer schon was voller. Ich muss noch schlecht in die Kohle rein. Okay, dann müssen wir noch ein Feuer besuchen. Ich bin das Spielzeugklavier. Ich will es nur sagen. Komm mal da hoch. Ist da irgendwie ein Minen drin? In der Mine? Ach du Scheiße. Die müssen auch hier ausschalten. Keine Ahnung, ob ich hier. Oh, gut. Oh, gut. Oh, die. Wie machen wir das am besten? Ich sollte nicht solche Horror-Spiele spielen. Der schreckt mich immer zu sehr. Das nicken können wir ja auch nicht, oder? Ich glaube, wir müssen die hier auf die Rampe locken. Ich glaube, irgendwie müssen wir hier, dass ich das da sehe, der hier rüberkommt. Ich glaube, wir müssen die hier rüberkommt. Ach du, meine Güte. Ich habe es in der Komplettdossung gesehen, wie wir es machen sollen. Ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Das ist nicht da. Okay, na da. Ach du Scheiße. Das ist nicht das, dass ich nichts weiß, nichts weiß Er hat es doch nicht genau so gemacht Es ist nicht das, dass ich nichts weiß, nicht das, dass ich nichts weiß Oh, verdammt, das wird etwas werden können Das ist nicht das, dass ich nichts weiß, nicht das, dass ich nichts weiß Das ist nicht das, dass ich nichts weiß, nicht das, dass ich nichts weiß Das ist nicht das, dass ich nichts weiß, nicht das, dass ich nichts weiß Und das ist nicht das, dass ich mich nicht weiß Es hat mich gerade so ein bisschen an... Oh, ich muss gerade... Ich konnte gerade nicht atmen. Ich muss gerade nicht... Ich muss gerade die Luft anhalten. Es hat mich ein bisschen an das Gut gegeben, Arnold. Und mich bewegen. Und jetzt haben wir eine Standard Dynamite. Hätte ich wissen müssen. Hätte ich ahnen müssen. Dass das Dynamite da hin muss. So, und jetzt dreht sich aber nochmal von vorne. Denken am Ende nochmal nach hinten. Hm. Der Armer. Oh nein. Das war knappe. Und jetzt nach hinten. Oh oh. Das war ein Fehler zu viel. Na, gerade so noch. Das ist ein Fehler. Ich glaube, es ist ein Fehler. Wie wir das tun. Hier haben wir auch zu paren. Ne, ist da woanders. Müssen wir da nur noch hinfliegen. Und hier auf der anderen Seite. Hm, Mist. Find ich blöd. Antwortet die Frage nicht. Oh, hier. Nicht so ein Spiel. Fällt mir dafür noch irgendwas? Muss da wieder Strom laufen für, oder? Oder was? Hm. Vorsichtig geht das wohl nicht. Mal was so passt. Hier raus komme ich hier nicht. Ich bin gefahren. Hm. Darbens. Uh-huh. Oh. Äh, was? Du, so für da sind aber nichts. Oh, no. Meine Fresse. Wir sind am Arsch. Muss ich den Kopf machen, oder was? In dieser Zeit. Spielen. Du wirst nicht verarschen. Aus dem Kopf müssen wir wissen, wie wir zum Punkt kommen. Das ist ja nur eng. Oh Gott. Schlepp mal im Leben nicht. Wo sind wir? Wo sind wir? Im Leben nicht. Im Leben nicht. Wir sind kurz vor dem Ende. Wir sind kurz vor dem Ende. Das ist ja das Spiel. Holy shit. Ah, man muss hier so viel in den Schatten. Wir planieren nur noch. Oh Gott. Keine Ahnung, wo wir sind. Was ist die Chance? Und... Nee. Null gruselig. Dieser Jumpscare. Riecht mich null, aber... Das ist halt endlos nervig. Und jetzt hier. Das ist halt irgendwie höher. Irgendwo wir sind. Und dann geht das auch noch hoch. Und dann... Nice. Ich fahre jetzt. Jetzt ziehen wir die ganz Bude an. Hab ich mit dem verstanden. Ich muss nur den Ofen zum Ende kriegen. Der müsste irgendwo hier sein. Oh, hoh, süß. Oh, hoh, süß. ein bisschen über die hälfte drüber ich weiß nicht ob ich da noch einst schaffen und war jetzt noch schaffen wie gesagt hier am Ende müssen wir da rechts rüber ach du was zum mein Herz, was hält das heute hier hinaus das ist ein trickiger Jumpscares oh nicht ein Kappen, kein Kappen, was bitte dann Let's putz. Um. Darf ich das Holzpitz? Oh hallo! In Rabe Oh Baby, come on, gang vorbei Ich sehe jetzt auch noch gut sein. Ein Magnet, ich seh hier schon wieder ein Rätsel, ich hab keinen Bock, Kompass und Magnet, ich hab eine Idee, wo der Magnet reinpasst. Kompass, 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 Kompass. Kompass, Kompass. Kompass, Kompass. Kompass, Kompass, Kompass. Kompass, Kompass, Kompass. 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 Das war's. Oh, no! Oh, no! Die erste Viertel in ihrem Stuhl, also würde ich hier nicht mehr hin. Ach du nein. Okay, sorry. Okay. 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 Oh nö. Oh nö. Oh nö. Oh nö. Natürlich. Was soll ich hier machen? Ich verstehe es nicht. Okay. Oh nö. Oh nö. Ich verstehe dieses Rätsel nicht. Oh nö. 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 wieder zurück was ok das muss ich nicht rein ok ist der Doktor wieder, der erste Doktor was machen wir jetzt hier mit Kompass jetzt macht sich das gut dazu ich schneide es nicht oh dass ich etwas wesentliches übersehen Komplettlösung hilft da geht es natürlich hoch hier Schraublocker nochmal mit der Schraube können wir was genau machen dann das andere jetzt erlösen kommt hin 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Wo muss die Schraube hin? Da drüben muss sie hin. Das war's für heute. Das in der Mitte kann man nicht bewegen. Okay. 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 da die Klinge da haben wir es gleich Es kommt doch nicht weiter. Ich dachte nicht, warum wir den Schlüssel in den wir unten reingeschlossen haben. Ach du Scheiße, stimmt, da war ja was. Kann der überhaupt irgendwas? Ah, wir müssen da jetzt so einen Schlüssel draus machen. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's, was zu verstehen. Das war's. 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 Und. wenn man die wand drehen oder so gibt es gar nicht der schluss ist drunter zu betreten das ding ist offen jetzt kommen wir hier lang oh ein bein was machen wir jetzt mit den beiden noch ein kapitel schaff ich heute nicht aber das kapitel würde ich ganz ganz zu ende machen jetzt was wird da gemacht So geht auch ganz in der Nähe. Wir haben jetzt einen Kompass und wir haben ein Bein. Wozu? Wir haben jetzt einen Kompass und wir haben einen Kompass. Wir haben einen Kompass und wir haben einen Kompass. Wir haben einen Kompass und wir haben einen Kompass. Wir haben einen Kompass und wir haben einen Kompass. Wir haben einen Kompass. Und dann ist so schnell. Das hier da reinstecken, jetzt wird da irgendwie sowas draus. Oh, no. Oh. 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 Ich hoffe, das haben wir dann mal hinter uns. Oh, no. Oh. 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 Das soll man damit auch stellen. Ich glaube, der ist einfach mein Hindernis. Greift uns irgendwie an. Okay, das muss das Muster sein. So muss das glaube ich sein. Jets. und das jetzt wird oder was was passiert und hier waren wir noch gar nichts schöner Kompass oh no so 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 ok sieht gut aus das sieht schlecht aus zwei Beine was wir auch mal mit zwei Beinen tun was machen wir jetzt mit den zwei Beinen braucht irgendjemand zwei Beine da ist irgendjemand das ist am Beinen oh no ja das ist weg da warum da da hell da das ist da 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 w that da gel Ich weiß ganz genau, was jetzt kommt. Ich weiß es ganz genau. Ich hab... Ja, sag ich doch mal. Ich hab mir alles ausgelöst. Okay, so nicht. Okay, so auch nicht. Irgendwie sonst. Ich muss grad mal gucken, was ich falsch gemacht habe. Ah, okay, ich verfehle es. Mensch, wer hätte ich auch so drauf gucken können. Ich geh mal zurück und jetzt hier hoch. Das ist unsere Fähigkeit dann mit einem Gang zu holen. Okay. Oh, wow. Schnell weg hier. Schnell weg hier. Okay, so schauen wir scheinbar nicht. Ich werde das übersehen. Wunderbar zu langsam. Ja, zurück können wir doch nicht oder nicht. Wir müssen noch ein bisschen warten. Oh nein. Oh nein. Das ist das große Finale. Oh nein. 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 Hä? Leute, was müssen wir hier tun? Ich begreif es irgendwie nicht. Geht zurück oder was? Muss dann empfehlen zu drücken. Aber zurück ist hier, also... Ach so. Jetzt macht es Sinn. Ach so. Äh... What? Äh... Er... Da machen wir wo gefällt. Er... 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 Ja, drei Stunden. Wie angekündigt. Ja, das war ja etwas. Ja, um Halloween rum kann man das mal spielen. War gar nicht mal so schlecht. Kann man machen. Mit Komplettlösungen. Indeutlich unter einer Stunde. Wir haben noch 15 Paus dazwischen gemacht. Alleine wäre ich wahrscheinlich noch dran gewesen. Da wäre ich vielleicht noch... Da wäre ich vielleicht noch... ...viel oder fünf Stunden. Und ich wollte es ja schaffen. Ja. Das war Dark. Da haben wir es auch mal gespielt. Und wie hat das Game? Ja. Und dann würde es mein Vater... ...lögernd rufen. Frieden. ...und wie da gesprochen wird. Ja. Und die SC gibt es dazu, ne? Der Turm. Die Luft. Die Luft. Ah, nee. Das mal. Die Luft. Die Luft. Die Luft. Die Luft. Die Luft.